Hallo zusammen! Beim Durchstöbern der Styles des neuen PA5X bin ich in der Abteilung Jazz auf zwei ganz tolle Styles gestoßen. Und zwar einmal Jazz Club Medium Swing, damit lässt sich Autumn Leafs sehr gut spielen und auf der nächsten Seite Serenade Band Swing. Da hört man schon aus dem Namen raus, das passt hervorragend für die Moonlight Serenade. Übrigens ein kleiner Werbeblock. Ihr seht, ich habe ein T-Shirt mit einem Weinglas an. Das habe ich im Urlaub von meiner guten Freundin Simone Gruber geschenkt bekommen. Sie hat einen kleinen Betrieb und stellt aus echtem Winzerstoff fantastische T-Shirts dar, handgearbeitet. Und das ist die Beschriftung. Es gibt auch Kleidung mit der Beschriftung auf dem Rücken. Falzglück, so heißt das. Also aus der Falz kommt dieses Produkt. Schaut gerne mal bei Simone Gruber auf die Webseite. Den Link habe ich euch unten eingeblendet. Und nun die Hörprobe Moonlight Serenade und Autumn Leafs. 2.1 Kriste 2.3 3.6 10わか一定要 Hörprobe Huh 4.7 Marin Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018